Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu einer Runde Dead by Daylight. Ich habe keine Ahnung wo ist. Auf jeden Fall ist das hier nicht der sicherste Ort. Warte mal, ich muss mal die Headset richtig aussetzen. Die spielen hier irgendwo in der Nähe. Im Haus? Tatsache, hinter mir. In der Hütte. Ja, hast du denn noch alle beisammen? Ich bring's rein. Ich, ich, halt der Reiht. Hi. Na gut, komm. Ich lauf. See you, bitch. Ich mach mich mal kurz selber heile. Lange noch Zeit hat er da ja, ne? So ist er jetzt nicht. Das ist ja unfucking fassbar. Ja, was soll ich sagen? Ich suche mal die Luke, wa? Zu nah an der Außenwand. Das Ding ist, wir müssen noch einen Generator machen, bevor die Luke überhaupt aufgeht. Brauchst du nicht probieren. Ach, da. Na, mein Freund. Wie schaut's? Hast du die Luke gefunden? So. Ich mach jetzt hier mal den Generator. Er ist da oben. Er hat ihn echt befreit, ne? Respektabel, dass er sein mag. Jetzt. Weißt du, jetzt. Wo ich hingehen wollte, um ihm zu helfen. Das Ding ist, das geht nicht anders. Ich muss einen Generator machen. Sonst geht die Luke nicht auf. So, jetzt geh ich nämlich die Luke suchen. Ich bin da. Ich bin da. Du bist gerade in deine eigene Falle gelaufen. Oder hat das Ding jemand anderes gemacht? Irgendjemand hat eine Falle abgebaut. Oh nein, es war Snoopy. Und zwar auch noch direkt hinter. Okay. Der bringt ihn wieder unten in den Keller. Was für mich bedeutet... ...Gernator an. Das war... ...dat Wichtigste. So, liebe Leute. Die Suche beginnt. Was ist da hinten? Was tust du? Warum versuchst du, dich zu befreien? Wenn du draußen hängst, helfe ich dir doch. Du Hoshi. Das Ding ist... Das Ding ist... Ich bin aber schuld. Geh drauf. Wenn ich versuche dich zu befreien, hätte ich genug Zeit gehabt, um die Falle zu entschärfen. Irgendwo hier. Und hepp. Ja. Überlebt. Der Plan ist aufgegangen. Ich hätte Snoopy befreit. Ich hätte ihn befreit. Warum tust du sowas, du Mist? Hat gerade so für die Punkte gereicht. Den ersten wollte ich auch helfen, aber da kam er ja gerade zurück. Ich weiß nicht, ob er da unten noch eine Falle hinlegen wollte. Bin mir da nicht so ganz sicher. Ja. Kann man so sehen? Ich fand es auch nicht sehr spannend. Sowieso nicht mit so den Leuten, die sich hier in den Tod stürzen. Tut sowas nicht, Mann. Ehrlich, Snoopy. Erst nicht helfen wollen und dann so eine Kacke machen. Das finde ich nicht nett. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. So. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Macht das gut, bis zum nächsten Mal. Ich kann es nicht fassen, ey. Wie? Der hat doch gesehen, wo ich bin. Wieso versucht man sich denn dann zu befreien? Das macht doch gar keinen Sinn. Wenn du nicht im Keller hängst, wenn du im Keller bist mit dem Trapper, ist es einfach zu viel Zeit, die vergeht. Also du kannst da nicht einfach runterlaufen, die Falle entschärfen und es gibt nur eine Fluchtmöglichkeit. Ja. Das ist nicht drin. So. Echt, dann hängt der draußen und gibt auf. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Midnight. Kann doch wohl nicht wahr sein. Tüllü.